Was ist das für die Gegend oder ist hier niemand oder was? Hä, wieso soll ich dann da raufgehen? Äh, aha. Nein, wurscht, jetzt nicht. Hier wird jetzt eine geboten Tür, oder? Also wenn ich Select drücke... Finden, retten sie die Lage, bla bla bla, ja. Okay, ne, da oben ist eigentlich nix. Was soll das bedeuten nochmal? Äh, Einsatzziel, also doch, okay. Also doch. Meine Kollegen haben fast abgeballert hier. Na? Da steckt sich ganz gut. So, jetzt aber... Okay, dann haben wir die auch noch proben. So. Dann schauen wir mal, wie viele sich noch in den Weg stellen. Äh, zurück! Okay, dann schauen wir mal an. Jetzt schnell zum Landungsschiff. Okay, du kannst ja paar anderen so. Passt. Wie, Feigling. Ah. Na gut, das reicht, ein Feigling, ne? Ja. Okay, das ist ja der Feigling. Okay, mach ich. So, bitteschön. So. 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 Ich bin auch nicht. Wir kommen da noch weiter. Ja. So, bitte. Können wir das jetzt hinter uns bringen? Na, kein weiteres Unterhaltung, glaub ich. Captain, unser Hauptwaffenlager befindet sich in einem unterirdischen Bunker nördlich von hier. Die Demo-Einheit konnte den Zugangsaufzug nicht zerstören, bevor die Hellgast angriffen. Also müssen Sie sich darum kümmern. Diese Waffen dürften nicht in feindliche Hände geraten. Okay, klasse. Huff. Nullmal gestanden. Tja. Ein Waffen wurde vorhergeschaltet. Diese Waffen steht nun innerhalb der Waffenauswahlanzeige zur Verfügung. Geil. Bevor er die Basis verlässt, muss Templer sich zum Waffendepot durchschlagen und die Zugangsplattform vernichten, damit die Waffenvernichtungswaffen nicht in die Hände der Hellgast fallen. Okay. So. Mhm. Wenn du die Kabelwinden auf der anderen Seite des Damis zerstörst, können die Hellgast das Waffenlager nicht erreichen. Aha, dann machen wir das. Ob du weißt, dass wir hier sind? Ah. Passt. Dann halt nicht. Okay, dann machen wir's so das nächste Mal. Ah, dann machen wir's so kurz. Wie ist es? Es ist natürlich. So. No. Also, ich darf einen Runden. Moment, Moment. Ich kann noch hochgehen währenddessen. Ich kann ab, dann nehme ich mir explodiert. Jetzt. Kann ich mir nicht vorstellen. So. Da kommt der Gegner raus. Okay, gut. Fahren wir auf Zug. Waren wir dann geschützt oder so? Na? Okay. Dann halt nicht. Äh... Na, dann weiß ich mal was finden. Nö. Ah, oder sowas. In diesem Panzer können Sie einsteigen und ihn fahren. Drücken Sie nächstes Mal einsteigen und drücken Sie runter. Und den Panzer zu verlassen. Überlegs beschleunigen Sie im Vorwärtsgang mit... Direkt schätzen Sie zurück. Na, fahren Sie an der Rakete mit der L und der. Schwenken Sie das Geschütze. Tragen Sie gleichzeitig L und der, um das Geschütze wieder zu zentrieren. Äh, wie krass fahren Sie das Maschinengewehr ab. Aha. Okay. Okay. Na dann. Versuche ich das mal. Mhm. Okay, okay. Ich habe den Panzer gesunken. Äh, was ist Panzergesundheit? Das ist aber gut. Es ist ja noch ziemlich voll. Äh, Headsdrück setzen. Da, 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 da. schon war das mal. Eua, jetzt haben Sie alles noch voll drauf, ne? So. Ich kann es dann noch nicht verlassen. Ok, also da ist von Schließe ja, stimmt. Gut, ich dachte immer ran, dass hier noch was ist. Sonderperfekt. Muss erstmal nichts an. Da oben noch was gewesen. Das hat sich von da oben sehen können eigentlich. Nö, der ist noch dead. Gut, passt. Wunderbar. Wir müssen den Panzer mit Straßensperren zu überwinden. Achso. Panzer zerstört jetzt schon. Ja, kein Problem. Das mache ich schon. Gut, da ist mal angezeigt worden, dass ich den nicht erreichen kann. Ich steig mal aus. Nimm dir das Zeug hier. So. Das ist wichtig. Die Muni. Ich brauche nicht mal selbst umdrehen. Einfach das Ding umdrehen. Dann ein bisschen vorwärts fahren können. Das war auch gar kein Problem gewesen. Gut, da ist noch nichts drin. Es scheint. Die Muni nehme ich gerne mit. Wie geht das mal? So. Dann mache ich hier. Den hier. Dann mache ich hier den hier. Oder den hier. Mach das besser. Ja. Jetzt machst du doch ein Breakdance mit deinem Kopf im Boden. Das habe ich mal ein bisschen von der gemacht. Dann mache ich hier. Finde einen Weg zur anderen Seite des Dams und gehe zu den Kabelwänden. Äh, okay. Tatsächlich. Hat er das? Seine Wahnsinn. Da kannst du gerne nicht. Hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo. Sag mal, hier. Guck, da ist nicht ein Ding. Ja, wie war's denn? Hallo, 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 hallo. Sehe ich erst mal nicht gern, ich bin auch bald tot. Panzer ist ja im Arsch. Ich vergesse. Ich verwechsel mal, Panzer ist ja im Arsch. So, na, na. Okay, gut, da haben wir eine Kiste, das darf ich nicht vergessen. Das darf ich nochmal hingehen. Schließt doch hin. Gut, da kann ich dann weiter, kein Problem. Soll ich aber noch gar nicht. Natürlich. Ups, da habe ich mir selbst in der Glektriebe fest. Ein Problem. Ich werde es sovet. Ich werde es sovet. Ich werde es sovet. Und dann kommen die Dinger Ja, ich merke es gerade Ich möchte da immer noch eine Granatenmaske machen Hm, wäre es noch nicht, okay Ich möchte da hinten, hinten, hinten hinwerfen Aber das ist nicht mehr da vorne Ah, es funktioniert da Was jetzt Jetzt. Nee, nee, nee. Aha. Saarngeschützten haben, ist nur der Typ. Bin ich aber nicht... Hallo, was ist? Bin ich aber auch nicht wirklich abballen kann, hallo. Machen wir das jetzt. Was ist jetzt da? Na, warte, ich bin da mal schnell. Ah, da gab's da nur noch. Da mal weg, so. Kann ich von einmal wegmachen. Pfff. Ah, da wie ich stimme ich noch mit dem letzten Schuss. Ich hab meine Sorgen um mich. Ich mach das schon, dass er noch mal gesund hat. Perfekt. Nochmal spielte Granaten. Zu viel, dass ich brauch. Gut, dann hätte ich darauf müssen. Passt. Gut. Ich hab mich viele Schüsse erwischt. Okay, dann hab ich das irgendwie mitgemacht. Am besten. Das Erblas ist einfach ganz da. Okay. Okay. Zerstöre die restlichen drei Winden um die Zugangsplattform zu deaktivieren. Ah! Was? Wie? Was? Die Linger da hat. Das muss er wahrscheinlich zerstören, oder? Also, was ich den dazu bringe, dass Herti das Klinge zerstört. Kann man mal gut vorstellen, zumindest. Cool, bin ich voll. Aha, kann ich mir immer wieder Gesundheit holen. Okay. So, ähm. Ja, okay, passt. Was ist das da? Perfekt. Oh je, da kommen wir noch weg. Da kommen wir noch weg mit viel Leben. Hm. Hammer schränkt der hintere, sodass auf der Panzer kommen wird. Ja, knall ihn ab. Ich weiß ja nicht, was der Problem ist. Ja, okay. Guck mal. Ich hab noch ein Wanzo. Ich hab noch ein Wanzo. Ich hab noch, ich hab noch ein Wanzo. Ich hab noch ein Wanzo. Ich hab noch nicht mehr funktioniert das nicht, oder? Ich hab noch mal mit mir. Das geht mir nicht. Dann gibt es noch eine L. So. Na gut. Ja, müsste nicht wie ich das jetzt testen soll. Au. Ja, genau. Was ist das denn? Hm, ne. Das war mein Ziel, oder? Ja, das Ding. Na dann, mach gut. Hopp. Hm. Da kommen noch immer wieder welche. Okay, ich muss erst mal rausfinden, wie ich das mache, bevor ich den anderen Turm da zerstere. Ja, toll, da sieht man wieder überhaupt nichts. Da werde ich direkt mal verletzt. Cool. Ich würde sagen, gleich hätte ich direkt abballert, aber das scheint, scheinbar nicht der Punkt zu nehmen. Okay. Das ist nicht so. Hä? Das ist aber nicht. Wie soll ich denn zerstören? Wie soll ich denn zerstören? Tja, wegen der anderen Turm dazu kommt... Wie soll ich die zerstören? Guck mal! Ja, was soll ich denn zerstören? das war jetzt wieder da so gut also das stand doch irgendwas nicht Ich seh nicht, wenn das nicht funktionieren könnte. Hä? Ich hab da genau drauf. Aber das Ding hat da fest, damit ist der Sterngang. Hier drehe ich halt nochmal um im letzten Moment. Ja, das war spannend. Vor allem, das ist überhaupt keine Musik oder so. Das macht's nochmal richtig interessant, muss ich sagen. Mal schauen, dass ich nicht gleich einschlafe. Ja. Ah. Kann ich hier gleich kaputt machen, okay. Dann sollte ich damit vielleicht anfangen. Ah, okay. Zerstöre die restlichen drei Winden, um die Zugangsplanung zu deaktivieren. Das war ja noch nicht mehr. Ach, noch ein paar Sunke! Da. Das ist ja auch mir gut. Ich würde das kaum machen, dass das ist. Garen, da. Puh. Wie geht das? Es war schon ein Blüterkanal, da sagt er nicht mehr. Aber dann ein Messer, oder? Puh, ja gut. So werde ich nicht treffen. Hä, weiter. Ach, sagen wir doch bitte, was ich machen muss. Weiß drauf scheiß. Oh, ja. So geht's nicht. Ich weiß nicht warum, aber so geht's nicht. So ist es irgendwann... Ah, jetzt hat es sogar wieder gemacht. Das ist das Original-Hardware-Spiel, wenn sie das trotzdem so scheiß sein hat. Ah, jetzt hat es funktioniert. War mir wohl die Episabel mit. Okay. Oh, da bist du ja. klar ich habe kein schimmer wie ich das gemacht hat da um naja ich kein problem ich sehe ich die dinge da umtreffen vielleicht Hallo, haben wir das nicht kaputt? Ich bin fertig, dass ich fünf Stunden rumrennen muss, damit ich die ganze Zeit nicht weiß, was ich machen soll. Warum ist das jetzt aber mal kaputt? Was zum Fick? Zerstöre die restlichen drei Winden, um die Zugangsplattform zu deaktivieren. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich habe mir so ausgeschaltet, ob das das gewesen sein könnte. Aha, ok. Jetzt klappt es auf einmal, ok. Ich zeige euch, das ging das Ding nicht. Ich zeige euch, das ist gut. So. Natürlich. Und jetzt war das nicht so, ich brauche was. So, wenn wir das dann abprallen, dann steht das dann einfach so, wenn wir das dann weg. Wie soll ich das machen, dass der da hoch schießt? Alles besser, das drehen wir mal mit dem Larsen. Ach, ich muss da noch geben, wir voraus holen. Hm, 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 hm. Ah, das war das selbische Standjahn, aha. Gute Arbeit, trifft dich mit Rico und verschwinde von dort. Gut, können wir jetzt mal eine andere Woche wieder nehmen. Wo ist Rico? Aber da drüben mache ich. Tatsache, okay. Geil, Cash. Haben Sie ein paar für mich getötet? Jede Menge nicht wie raus hier, mit Vergnügen. Mit Vergnügen im vergangenen Fels. So, Tempelunterrückung kommt aus der ISA-Basis in Rayoven, als diese den Helgas-Tropen in den Feld. Das Waffenlage ist gesichert und die ISA VIPs wurden evakuiert. Aber mit Rack dient seine Kontrolle über Südvector aus. Schlimmer noch, die ISA-Kommandozentrale verliert plötzlich den Funkkontakt mit dem Landungsschiff der VIPs. Vector, der Traum ist aus, die ISA kann dich nicht vor der Macht der Helgas schützen. Unterwirf dich und flehe um die Gnade Vizaris, General Mettrak. Nee. Niemals. Fünfmal gestorben muss ich. Ja, gut. Die Waffen-Gäste, da ist immer irgendwas drin. Okay. Sie haben eine Herausforderung für Kapitel 1. Klasse. Sammlung exklusiver Hintergrundbilder oder Verheirschalter 19. Klar. Gelangen sie durch die Dünen und Außenbereiche des Industriegebietes zu den Docks. Da oben, das ist schon ein Umsatz. So, hier sehe ich... Achso, ja stimmt. Das sind Werte-Buttons, das muss ich mal merken. Vier Kapitel gibt es da also, oder wie oder was? Aha. Ja. Ja. Na dann. Zu den Docks würde ich sagen. Nochmal das, das Landschiff von den Ysara ist im Sumpf-Nockeland. Der Kapitän Templer soll ihm Leben erfinden, bevor die Hellgäste erreichen. Zunächst muss er den Hafenbezirk wieder befreien, um Zugang zum Sumpf zu erhalten. Er nähert sich dem Hafen von Strandors. Der Rückzug aus Greyhofen war eine Rückschlag, aber keine Niederlage. Unsere Anführer bereitet den entscheidenden Schlag des Krieges vor. Boah, Ysara-Anweisung. Ich bin soweit als Hauptschluss in der Version noch einmal, um alle Faktoren zu finden. Geil. Nichts liegen lassen. Ich versuch's. Ich versuch's. Ich versuch's. Ich versuch's. Okie. Ich versuch's. W boiledere Beat- und Unterstr我知道 her Kö Scheisse. Ich versuch's. Mir distractions. Es würde mich noch einmal für mich sind zu helfen. Oh man transparent damit etwas Schön Tomilder. Was ist das für mich? Was ist das für mich? Was ist das für mich? Hm. Okay. Fliege daran nicht. Was? Müssen wir auch nicht immer treffen, aber leicht. Aber okay, auf den Rest. Das ist leicht mal wieder. Ich zucke aus, Alter. Können Spieler bitte nicht schreien, dass leicht ist und dann kommt sowas. Der Eingang zum Industriegebiet ist da vorne. Du kannst dich bis zu den Docks durchschlagen. Rico wird dich dort treffen. Dann darf ich halt nicht. Das ist so dumm, oder? Ah! Ja, ja, ich würde ja gerne kommen, wenn es nicht alles zu lange dauern wird hier. Ja, das ist recht. Das ist recht. Da hört ich auf nichts. Hm. Ah, nein. Das ist ja eigentlich. Gut. Jetzt nehmen wir mit natürlich. Nehmen wir mit. Nehmen wir auch mit. So, okay. Ich fass mich dann. Ich fass mich dann. Dann kommt doch. Ich fass mich dann mit. Das ist okay. Oh, mal so. Ah, na gut. Ah, was macht er jetzt? Hä? Ich habe gerade noch treiben können. Jetzt nicht mehr. Hä? Verstehe ich nicht. Oh Mann, hätte ich das nicht reichen können jetzt? Danke. Nein, gleich so. Das geht doch. Hier ist der Mooney. Das ist wirklich nichts. Checkpoint Ist in Ordnung Nicht Arscht Deadly Das sind aber Minen Das sind auslöste Minen Da kann ich nichts machen Das ist ein Fass Und das was man nicht auch schieße Keine Ahnung Man kann da zumindest nichts rauskommen Was sage ich mir rauskommen würde Und was ist nicht Hier ist der Checkpoint Hier geht's weiter What the fuck Okay Okay ciao Da geht's weiter aber da sind 50 Leute Da geht'n wir von Okay Da muss ich halt mal Fertig Mies Okay Macht's viel Schauen, aber im Fallen. Das euch ja geht. No, no, hier steh auf, Alter. Du musst den Scheiß Tass attacken. Nein, Schieß, Wäschertraub. Drehfach am besten, so. Wunderbar, finde ich mir leeren Gegner. Ich muss da hier nicht hin. Aber gut. Nein, noch in Ordnung, jetzt. Ich möchte doch einfach das Scheiß Fass abschießen und dann bin ich gleich tot. Besonder, tsch, hallo. Tatsächlich, ja. Tange. Endlich. Warum das jetzt hier nicht mehr da sind nicht, aber gut. Okay. Da, da und Checkpoint. Ups, falsche Taste. Und jetzt überall gerade da dort. Aufzug reinnehmen. Okay, keine Ahnung. Natürlich. Soll da nicht direkt vor mir naraus kommen? Das sind Miner nicht hier hoch. Da, da. Puh. Da, da, da. Dann drücken wir noch mal ein leichteres an das Spiel, wenn der mich fragt. Ich will da extra leichter aus, weil ich so dumm werden und überhaupt nichts checken und die Miner nachher nachher. Und dann lausten wir uns so schnell sterben. Wie, jetzt noch einer? Wie jetzt? Also, Minen. Das ist noch so ein Typ. Oh, gut. So, Spaltergranaten, Gesundheit, natürlich. Also, Minenvernaten, vielen Dank. Ah, ja. Noch nicht so viel Schaden. Vielleicht da das Rohr zerstören können, oder das? Wahrscheinlich. Okay. Einfach aus dem Ganzen, aber nur Cash. Da oben, okay. Noch so ein Ding. Hier müsste es C4 geben. Überprüfe das Versorgungsgebiet. Versuche eine Zugangskarte zu finden. Vielleicht ist etwas in den oberen Stockwerken. Ah. Okay. Naja, mhm. Von den oberen Stockwerken komme ich wahrscheinlich über eine Leiter, da, aber die kann ich nicht benutzen. Oh Gott. Oh Gott, wo kann man das Büro? So. Jetzt kann es aufhören. Hier ist der Kiste. Keine Ahnung, was da oben ist. Das ist der Schuh. Zugangskarte, also. Der Schuh ist die Zugangskarte. Und, äh, na dann. Kann man jetzt mal dahin gehen. Da hat der leider schon ein Checkpoint. Und, äh, das ist der Schuh. Jetzt kannst du nicht gleich den abballern. Boah, ey. Okay. Ich drück 50 mal das Scheiße, aber macht nix. Also, ich sehe auch nicht. Wenn ich mich da vorne irgendwo hinstelle, dann treffen mich beide, und ich... habe immer noch nix. Ah, ne, endlich. Ist der denn da unten? Nein. Keine Ahnung, kommst du denn hier ran? Was denn was du da machst? Weil da nicht ein Bild ist, oder? Scheinbar. Okay. Cash. Super. Ich hoffe auch in Gesundheit. Perfekt. Dann ist alles gut. Muni. Auch gut. Toll. Na toll. Haltet ihr die Hände ab, schau auf! Upsi. Wollte ich aufstehen? Ganz klar. Das war mein Fehler. So. Muss ich nicht brauchen. Sind das auch noch nicht. Die sind das auch nicht. Das checkt er natürlich nicht. Schade. Ein bisschen Schaden gemacht zumindest. So nicht, wie der da runter trifft. Und ich drauf. Treff gar nix scheinbar. Scheiß drauf, Alter. Ja. Da habe ich natürlich ne Chance, Alter. Was ist zum Fick war da langsam von mir? Na. Was? Okay. Na, das Spiel ist nix für mich. Ich muss jetzt aufhören. Bis dann. tack. Das hier dicho? Ich kam für dichAKE. Und das darzt. Bis dann klar.